so ich kriege ich nicht mehr kriegst du auch nicht mehr gut habe ich noch mal schon gehabt ich werde den erst mal hier hinten setzen und heilen hier haben wir den nächsten einmal gucken gehen und hier haben einen großen general und der baut erstmal munter und fröhlich weiter hier wenn die nicht da wären könnte es gehen tja legt euch nicht mit mir an so jetzt haben wir hier nämlich eine schöne verbindung jetzt können wir hier nicht wieder bauen ohne ende und boston bisschen helfen ja gut erste stadt eingenommen und der krieg kam diesmal nicht von uns steinwerke werden wir mal anrichten für die produktion weil wir haben hier war gut wir werden erstmal noch mal einen ritter machen dauert da nicht so lange fünf runden und wir haben eine neue technologie und noch das ist eine handelsposten bauen und eine technologie der mensch braucht für sein seelenheil drei dinge das wissen woran er glauben soll das wissen was er begehren soll und was er tun soll mal sehen also ich werde mal denken wenn das spiel zusammen den ende hinzugeht werde ich eine große folge raushaun für euch mal sehen wie lange ist die gs ob so eine halbe stunde geht eine dreiviertel stunde steht dreiviertel stunde geht mensch schon wieder mein versprecher mal sehen je nachdem wie sich wie sich das hier entwickelt mal sehen vielleicht haben wir ja habe ich eine chancen dann kann ich in eine stunde wieder rausfahren wie mit bayershock der anfang also war ja eigentlich sehr gut geworden die folge zwar mit der einstellung war zu blöde gewesen aber besser als nix das geht mir nämlich nur darum dass der siedler weg ist ey der miss so was geht er mir weil ich ja so ein einmal die danke du hältst dich du kommst immer hier rüber so jetzt kann ich gegen die städte ja super das wird später noch sehr nützlich sein soll man gleich washington angreifen oder atlanta erst vorher dass wir die stadt kriegen und wir haben wieder plus null aber das sieht nicht gut aus muss man hier den reiter dem würde ich jetzt gerne also der ist noch gut einmal hier so und einmal eine weide bauen danke in forschung und zwar machen jetzt den kompass der dauert jetzt keine neuen runden mehr sondern acht runden die dauern nur keine 13 sondern zwölf runden so leider wollen wir mal hoffen dass wir amerika ein bisschen drückt zurück drängen gut setzen handelsposten bauen ich verstehe das nicht das muss entweder nach einem bug sein oder so auf jeden fall die hören nach einer zeit auf zu bauen dann muss man das immer nachdrücken die monogolai hat ja ihr könnt da oben euch schön bekriegen habe ich nichts dagegen so wenn es halt jetzt beendet und wir sind wieder bei minus elf ja gut können wir nichts ändern jetzt geht der preis noch höher ne weniger hätte ich nicht gedacht was soll der geiz was soll der geiz für wen von ruhen zurück geben einheit behalten einheit behalten oh ist sowas wie greifung die da oben an ich gehe hinten rum du müsstest hier rum gehen zum krieg hat er gegen bogenschützen das wäre fatal für mich so du hilfst mir mal hier auszu kleistern du gehst immer hier rüber gut handelsposten super stadtstadtnachricht teiros erbittet eure hilfe um die barbaren abzuwehren jeder barbar den ihr ausschaltet verschafft euch mehr einfluss über die stadtstadt was nicht dazu steht sobald wir das dorf beziehungsweise das lager von den barbaren gefunden haben und die das lager zerstört haben ist jeder weitere barbar den wir vernichten kein cent wert das finde ich irgendwie blöder oh texcoco das hört sich schon mexikanisch an ja gut wir müssen erstmal gucken was können wir bauen Produkt Kornspecher ja dauert erstmal ne weile weil es ist ne kleine stadt so jetzt kannst du in Aktion treten Mine bauen wir brauchen Eisen das wären dann nur zwei Elsen aber besser als nix so hier sind wir auch in Aktion so dass wir denn hier sagen wir mal hier in der straße noch bauen das wären eins zwei drei ja drei ist ja praktisch wer braucht denn ihr dafür noch drei runden oh bei wenigstens haben wir hier fertig die werkstatt eins dann gehe Sophia wohl gebaut gut hm ich gehe mal mit hier oben helfen das wäre wahrscheinlich noch besser so leck leck geht auch können wir hier eins drei na gut der ist schon wieder fertig der ist fit wie ein Turnschuh mal sehen ich stelle dir erstmal hier hin mal rüber das dauert noch ne Runde gut den nächsten hier hin kommt mich zwei angreifen gut jetzt kann mich bloß noch einer angreifen oder keiner ich werde den mal in der Hinterhand behalten gut ich werde mal weiter ins Inland gehen gut könnte ich schon mal anfangen aber ne ich warte lieber ich brauche meine drei Bogenschützen genau da ist noch einer der bleibt mal auf Abruf also Washington ist jetzt so ziemlich am A SCH so eigentlich ist jetzt die Stunde rum aber ich mache jetzt noch paar Minütchen das macht grad Spaß ja gut ich werde dann wahrscheinlich ich werde heute noch beziehungsweise vorher schon äh ihr guckt ja die Folge später dann es müsste Folge 5 äh also die vierte Folge der Aufnahme sein es müsste ja dann 18 sein oder 19 je nachdem wie die Folge rauskommt das heißt eine Handelspostenbauer und mal sehen gut also wie gesagt wenn ihr irgendwas habt oh du willst Friedensvertrag nö oh er würde uns Atlanta geben 25 Gold Zeile hmm abgelehnt das machen wir später aus erstmal wie ich sie bluten sehe da bin ich jetzt richtig fies erst tun sie mich angreifen und dann mit dem blauen Auge abhauen so nicht so haben wir nicht gewettet so einmal da hoch dann brauche ich einen Straßenbauer gut jetzt kann ich loslegen ok der ist einmal weg der ist schon mal einmal auf Abruf äh schon wieder Leck ja gut mal sehen vielleicht kriege ich ja das nochmal mit den Lecks hin aber bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden ok der geht jetzt mir danke Bautruf ist fertig oh ne der hatte ich ja nicht gestellt so da bitte hin gut unser Gate geht wieder in die Höhe das war klar gut dann stelle ich den erstmal da hin hoh und fröhlich du heiz dich mal schnell bitte danke so einmal die Stadt bitte angreifen einmal die Stadt bitte angreifen gut läuft doch wie am Schnürchen haben wir noch irgendwelche oh unser Bautrupp das brauchen wir hier in Handelsposten nächste Runde ach wie lange geht wenn der auf uns senkelt ich hoffe mit der Mine ist das nicht genauso also müssen es immer so viel sein es könnte auch ein kleines weniger ein kleines bisschen weniger sein ja Tex Koko ist gewachsen hier kann man den Xen bauen wir wehren uns mit der Straße befassen du machst einen Steinbruch du wirst dich auch mal weiter mit der Straße befassen gut hier haben wir noch einen Landetsposten hier nehmen wir hier wäre der Sägewerk hinbauen das wäre gut für die Produktion eine Mine ja das rendiert sich jetzt alles durch die Straßen die hier noch gebaut worden sind einmal hier rüber bitte so so klub so 10 ich würde mir den da einnehmen dann hat er keine Bautruppe mehr dann hat er keine Bautruppe mehr so besser Heilung hier stehen lassen ja was mache ich mit dir ja so 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 Vielen Dank.